Heidi Klum, die nächste Trennung steht bevor. Einsam und allein in ihrer Luxusvilla. Oh nein! Arme Heidi Klum! Das Topmodel wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an ihre Fans. Heidi Klum ist ein waschechter Familienmensch. Umso schwerer fällt es ihr auch aktuell, dass ihre Kinder nach und nach das elterliche Nest verlassen und flöge werden. Heidi Klum steht die nächste Trennung bevor. Erst kürzlich stieg Heidis Tochter Leni Klum den Model Olymp empor und startete in ihr Leben als junges Nachwuchstalent. Für Heidi sicherlich ein ganz besonderer Moment. Schließlich betont das Supermodel immer wieder, wie stolz sie auf ihre Tochter ist. Doch mit all der Freude geht auch ein wenig Wehmut einher. So sieht Heidi ihre Tochter meist nur noch zu offiziellen Terminen, oder neuen Deals, die beide gemeinsam antreten. Doch damit nicht genug. Wie Heidi nun offenbart, ist auch ihr ältester Filius kurz vor seinem nächsten Lebensschritt. Im Interview mit Prominent offenbart sie, mein Sohn ist als nächstes dran. Der ist jetzt gerade 18 geworden, wird dann wahrscheinlich auch aufs College gehen, möchte auch gerne woanders hin, in die große weite Welt. Kann man ja auch verstehen, habe ich genauso gemacht in dem Alter. Deswegen, das ist eben der Lauf der Zeit, irgendwann fliegen die Vögel aus dem Nest raus. Oh je! Arme Heidi! Das nächste Zimmer in ihrem Familiendomizil, welches unbewohnt ist. Auch Lenes verlassenes Kinderzimmer macht Heidi nach wie vor zu schaffen, überall ist Action, und bei ihr im Zimmer ist kein Licht an, Ruhe drin. Das ist natürlich schon was ganz anderes. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Heidi diese ganzen Abschieden nicht allzu sehr zu schaffen machen.